Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sieht sie? Dass sie es wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint ich das einfach genau? Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die USS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederzurechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Die Stadt Feiglinge! Verreißer, Verzahler! Mein Führer, Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch das Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang, dass mir die Firma der Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur ein Schiffpicken... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus mich gestellt! ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich zu verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat gelübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden gesaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, und öffnen Sie sich der Volk ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!